Diese ganzen Scam-Seiten, also am besten, man muss diese Leute echt ohrfeigen. Nichts ist einfach und nichts, es ist nichts, nichts ist einfach. Am Ende des Tages gibt es nur eine Regel, zieh durch, just do it. Wirklich, mehr geht nicht. Muro18 fragt, Roos, bitte lohnt sich dieses Dropshipping oder ist das Fake? Bitte klär mal auf, bevor ich etwas Dummes starte. Also, grundsätzlich ist es ja keine Wissenschaft. Also es ist keine Raketenwissenschaft. Lass mich da mal was dazu sagen. Denn Torben hat auch ein geiles Video dazu gemacht. Es gibt zig Videos. Das Problem ist halt, dass die meisten Videos dir was verkaufen wollen immer. Deswegen sind sie nicht ehrlich. Was ich dir sagen kann ist, eine grundsätzliche Sache, die du dir merken solltest. Eine grundsätzliche Sache, die du dir merken sollst im Leben. Es gibt keine passive Einnahmen. In dem Sinne, was die Leute dir im Internet immer erzählen. Passiv. You wanna have passive income? 2000 Euro im Monat passive? Oder um dir passive Einnahmen für 2, 3, 4.000 Euro im Monat aufzubauen, dass du wirklich sagen kannst, geh heute schwimmen mit meiner Freundin und ich verdiene das, musst du dir jahrelang erstmal ein Business aufbauen. Also vergiss dieses passive, nichts kommt von nichts, nichts ist umsonst und alles, alles, ob du Beats machen willst, ob du Filme machen willst, ob du Drehbuch schreiben willst, ob du eine Uni erfolgreich sein willst, ob du deine Ex-Freundin zurückhaben willst, überall musst du dir Mühe geben. Jetzt mal real talk, die Leute wollen immer den Shortcut, weil mittlerweile in einem TikTok, der erklärt wird, Yo, was geht? Yo, willst du Geld verdienen? Guck mal hier, I found the site. Yo, it was illegal to know. This site, you get a bar person wrong. Das klasse, man war. Von ebay, you got this. And then, you search Alibaba, you get this. Etwas günstiger als this. You make dropshick Amazon, you make this. 5k a month. You got me? Hey, follow me for more tips. Bruder, das wird nicht funktionieren. Ich verstehe das selber. Ich weiß, es catcht einen. Aber das sind nur rhetorische Mittel. In Realität gibt es tausend Probleme und Faktoren, die auf dich zukommen, die du noch lösen musst, die niemals in irgendeinem Video erzählt werden. Aber, ich sag dir was. Gib mir jetzt deine Kontodaten, jetzt. Nein, ich geb dir jetzt mein PayPal. Du überweist erst mal 100. Dann könnte es passiv bei dir reich werden. Ich sag dir zwei Sachen dazu. Okay, pass auf. Du kannst mit Dropshipping, aber du kannst auch mit dem Kiosk und du kannst auch mit dem Dönerladen erfolgreich sein. Real Talk. Bei allen musst du aber analysieren, checken und dann arbeiten. Arbeiten, Gas geben. Okay? So. Der eine hat das Vorteil, der andere hat diesen Vorteil. Jedes Geschäft hat seine Vor- und Nachteile. Aber bei allen musst du analysieren, analysieren und früh, früh auf die Fresse fallen. Weil das ist ja meistens, guck mal, es ist ja meistens 10 von 10. Wie sagt man, 1 von 10, 1 von 20, dass du ein Geschäft machst, das klappt. Es wird nicht mal ein Geschäft machen, es klappt einigermaßen. Es wird ja oft so sein, dass man erstmal ein Geschäft macht und es erstmal scheiße läuft. Aber daraus lernst du dann Sachen, die dir niemand erzählen kann. Weil jeder Mensch ist anders. Der eine mag es früh aufstehen. Der andere, für den ist das eine Qual. Der andere mag dies. Der eine ist besser in Orga. Deswegen, also das beste Business zu finden, was für dich persönlich geil ist, dir nicht nur Geld bringt, sondern auch die Freiheit oder die Gefühle, die du haben willst, Erfolgsgefühle. Sagen wir mal, Leute, belügt euch nicht selber. Es geht nicht immer nur ums Geld. Voll oft wollen wir, oder Geld ist doch nur so ein Ding, was wir uns immer selber so, ja, da kann man viel Geld. In Wirklichkeit wollen wir Anerkennung. Wir wollen, dass unser Nachbar und sein Eltern sagt, dein Sohn ist geil. Wir wollen, dass unsere Eltern uns geil finden. Wir wollen, dass unsere Ex-Freundin sagt, warum muss ich Schluss gemacht? Es geht voll oft um Ego und Anerkennung und so. Deswegen, das muss euch klar sein, das kriegt man auch nicht runter, so krass. Deswegen, am Ende musst du einen Job finden, der dich glücklich machen kann, der dich erfüllen kann, wo du auch sagst, okay, pass auf, ich habe auch Spaß, ich verdiene auch Geld hier und so und bla. Am Ende, ähm, am Ende, äh, Dropshipping, das Wort Dropshipping ist natürlich vollgefickt durch viel Müll, was erzählt wird. Die Idee dahinter, es ist ja relativ einfach. Am Ende hat mein Bruder das schon gemacht, vor 20 Jahren, vielleicht noch früher, ich glaube mit 16 oder so hat mein Bruder angefangen, äh, mit Stuff aus, äh, verschiedenen, also, ob es China oder andere Märkte oder auch einfach von Kleinanzeigen war, also Zeitungen, Kleinanzeigen, damals gab es doch kein Ebay, einfach Sachen kaufen und auf Flohmärkte verkaufen. Auf Märkte, Flohmärkte hört sich an wie gebraucht, aber beides hat er gemacht, Neuware, Gebrauchtware, das haben früher viele K*** gemacht, auch gebrannte Filme wurden da verkauft und alles. Am Ende haben voll viele K***s Import-Export gemacht, ich kenne wirklich ein paar, ich kenne wirklich ein paar Leute, die wirklich sehr viel Geld verdienen durch Import-Export, aber, die haben keine Freizeit. Alter, ich sage dir ehrlich, das ist nicht so, die hängen noch auf TikTok ab, diese Leute hängen im Handy, so. So, weißt du, die haben aber auch Kinder, die haben Familie, die arbeiten den ganzen Tag, machen Import-Export, haben Laden, telefonieren, schreien die Leute an. Was ich meine, ich will nur sagen, es ist nicht so, wie du denkst. Wenn dir das Spaß macht, wenn du ein Händlertyp bist, wenn du Bock hast, dann gib Gas, du wirst deinen Spaß haben und wirst auch Geld verdienen. Aber wenn du jetzt nur denkst, Dropshipping, weil du ein TikTok-Video gesehen hast, musst du aufpassen. Sieben, die alte Weisheit, gab früher in der Zeitung so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Spruch ist oder ob das eine Geschichte ist oder ob das auch wahr ist, sondern da gab es immer so eine Geschichte, so dieses, schick mir jetzt irgendwie 100 Mark mit einem Rücksendemoppet und ich schicke dir eine Anleitung, wie du reich werden kannst. Dann haben die Leute das gemacht, dann haben die einen Brief bekommen, zurück, da stand, mach eine Kleinanzeige in der Zeitung und schreib den Leuten, dass die, wenn die reich werden wollen, die 100 Mark schicken sollen. Wenn ihr das versteht. Vor allem ist es halt im Internet nur so. Die Leute verkaufen dir die ganze Zeit dasselbe, was die machen. Im Endeffekt ist das einfach nur ein Scam. Alter, das ist alles nur ein Scam. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr, nichts ist einfach und nichts, es ist nichts, nichts ist einfach. Alles musst du investieren, alles musst du, Energie, Zeit, nichts kommt auch, weißt du, keiner lernt produzieren in zwei Jahren so oder wird richtig gut in zwei Jahren oder so. Auch nichts mit Schauspielerei nicht, mit dies, mit das nicht, mit selbst runterholen musstet ihr doch lernen. Obwohl einige von euch das immer noch nicht können. Es gibt keine Abkürzungen, so sieht es aus. Klar, der eine hat ein bisschen mehr Glück, ne, also wirklich, Glück gehört immer dazu. Man lernt seinen Kern, der bringt dich schon mal ein bisschen schneller ins Game. Klar. Oder deine Eltern haben einfach viel Geld und du hast ein paar Sorgen weniger. Das gibt es auch. Ist auch okay. Ich will nur sagen, grundsätzlich aber, you wanna know, this is three sites illegal to know. Yeah, I got a lot, it's a dropshipping site. I got myself, I'm double digit, you wanna see, I'm down for 40.000 in a month. Just drop me a mail. DM me, I wanna be rich and I DM you asshaft zurück. Diese ganzen Scam-Seiten, also am besten, man muss diese Leute echt ohrfeigen. Diese, ich schwöre, ich schwöre es nicht, Tai Lopez und diese ganzen Hunde. Dieses Ganze, lade mein Buch kostenlos runter. Hey. Also da weißt du schon, ich schwöre euch, ne, in diesen Büchern ist auch manchmal ein bisschen Wissen drin, aber ihr dürft nie mehr machen, als das umsonst nehmen. Also, sagen wir mal so, es gibt sehr wenig Leute, die es ernst meinen. Es gibt sehr, 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 sehr wenig sogenannte Masterclasses, wo du so bezahlst, für so einen Typen, der dir per Video was erzählt, was wirklich sich lohnt. Ansonsten aber, würde ich sagen, investiert immer in Wissen. Ohne Scheiß. da ist nie was, wie sagt man, umsonst. Wirklich, bevor ihr euch eine teure, blöde Jacke kauft, kauft lieber ein paar Bücher oder geht in so eine Masterclass. Wirklich, ich meine es ernst. lieber gebe ich ein bisschen Geld raus und lerne vielleicht nicht so viel, wie ich dachte. Dann hast du so eine blöde neue Jacke oder so einen Scheiß. Das kann ich später immer noch holen. Also, das ist also so ein Quatsch, der dir, obwohl eine Jacke kann dir beibebringen. so eine miese geile Jacke und du läufst dann damit rum und dann machen die Leute so, ey, miese Jacke, normal, sollen wir amsen? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Man hat Sachen, also Bücher in dem Bereich gibt es zig und auch da, natürlich gibt es auch Müll. Ganz klar. Deswegen. Und wenn ihr genug Geld habt, kauft beides. Kauft eine geile miese Jacke und Bücher. Auch da wieder, guck mal, Joey schreibt, welche Bücher lohnen sich aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht kann ich dir Bücher nennen. Aber meine Sicht ist nicht die deine. Weißt du? Jeder hat ja eine komplett andere Sicht auch auf die Seite. Also, was willst du werden? Was willst du tun? Wie stehst du denn finanziell da? Du weißt ja alles gar nicht. Deswegen, die Leute, die euch vollquatschen mit, das sind die 10 Bücher, die du gelesen haben musst. Ja, ich kann dir auch 10 oder 20 oder 50 Bücher sagen, die ich cool fand. Ich weiß nur nicht, ob es für dich gut ist, weil du hast ja komplett andere Lebenswirklichkeit als ich. Am Ende weiß ich es ja auch nicht bei dir. Zum Beispiel, wenn meine Eltern zum Beispiel, wenn meine Eltern jetzt, keine Ahnung, in dritter Generation super reich sind, keine Ahnung, denen gehört ich lecker. Oder meine Eltern, keine Ahnung, meine Großeltern haben DM gegründet. Meine Eltern haben das verwaltet. Endlevel Rich. Ja, dann gibt es Bücher, die ich dir jetzt empfehlen will, die sollte ich dann nicht mehr lesen. Das ist Zeitverschwendung. Dann würdest du dich nur noch treffen mit den Anwälten deiner Eltern und dich nur noch beraten lassen von denen. Oder den Leuten und an so eine Elite-Uni gehen und bla. Verstehst du, ich meine, es ist halt komplett anders. Also, Blinkist ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Momentan 20 Euro jährlich. Echt 20 Euro jährlich? Boah, das ist wirklich geschenkt. Ich werde keine Werbung machen für den Laden, aber ich hatte selber mal ein Jahr lang ein Abo. Blinkist ist eine geile Sache, finde ich. Also, für mich, ich liebe sowas. Immer mal zwischendurch habe ich mir das immer gegeben, bis mein Abo ausgelaufen ist. Also, Blinkist ist sowas wie quasi Hörbücher. Also, du hast flat auf Hörbücher. Die haben eine sehr, sehr große Auswahl. und das Geile ist aber, dass die nicht das ganze Buch vorlesen oder so, sondern dir eine Zusammenfassung vorlesen. Also, sozusagen, es gibt sowas auch auf YouTube umsonst. Ihr müsst dafür nicht immer zahlen. Aber zum Beispiel nehmen die ein geiles Businessbuch oder ein Buch über verschiedene Ideen oder über was weiß ich und dann fassen die dir das wie in der Schule. Kennt ihr das? Ihr lest ein Buch, ihr fasst das zusammen in ein paar Seiten, Geil. Warum das Zusammenfassen möglich ist, ist einfach, der Trick an der Sache ist, wer bei einer Univah, wer schon mal in der Univah kennt das, ähm, die Zusammenfassungen gehen halt, weil es Sachbücher sind und du halt auch viel rausnehmen kannst. Gerade wenn du schon mal in dem Bereich drei Bücher gelesen hast, musst du nicht mehr diese ganze Drumherum da wissen. Komm zum Punkt, komm zum Fazit. Klar, wenn ein Buch dir gefallen hat und du noch mal in die Beispiele alle wissen willst und so, dann hol dir das ganze Buch, ist auch geil dafür, extra, also bin ich geil gemacht. Aber, also ein Roman kannst du natürlich nicht zusammenfassen, ist ja selbstverständlich. Sogar auch, ich meine, eine Inhaltsangabe von Herr der Ringe oder eine Inhaltsangabe von Hard to Die, so, also gebe ich dir eine Lockline, zwei Sätze, Die Hard oder so, aber ihr versteht schon, es geht da um Wissen, es geht nicht um Roman und so. Genau, es gibt auch YouTube Videos zu vielen Büchern, auch kann man sich umsonst das geben. Also zum Beispiel Bodo Schäfer wird hier jetzt ein paar Mal hochhaupt genommen, ich kann, also Thema Bodo Schäfer, guck mal, Bodo Schäfer war mal, ich meine es ernst, so 2001, 2002, habe ich mal sein erstes Buch gesehen, dieses irgendwie in sieben Jahren zu ersten Millionen, das erste Buch von ihm, das ist schon locker 20 Jahre her, ich weiß auch nicht mehr bei wem ich das gesehen habe, aber habe ich mir das angeguckt, ist sicher, also es ist, es ist jetzt nicht so, es ist veraltetes Wissen, würde ich sagen, weil damals das Internet noch nicht möglich war, wie heute, gibt einfach voll viel, zwischen den Zeilen ist bestimmt was Interessantes dabei, aber da verschwindet nur seine Zeit, weil es ist super altes Wissen und ich finde, ganz ehrlich, ich sage mal so, ich habe schon viele, viele TikToks gesehen, wo er so shorte Sachen sagt, die ich teilweise falsch finde, nicht nur schlecht, sondern nicht nur nicht gut, sondern ich finde die teilweise falsch, aber ey, wie gesagt, ich bin nicht, ich mache, zieht euch, zieht rein, zieht durch, am Ende des Tages gibt es nur eine Regel, zieht durch, just do it, wirklich, mehr geht nicht, mehr kann man dir gar nicht sagen, Prokrastination, zieht euch TED Talks rein, das mache ich auch oft, ich ziehe mir viele TED Talks rein, zieht durch, aber zieht keine Nasen, nur Ballon, ja, von 48 Gesetze der Macht lernt man halt nix, leider, das ist Quatsch, aber doch, ich meine, eine Sache lernst du davon schon, wie du alle deine Freunde vergraulst und wie du ein Buch verkaufen kannst, vielleicht noch, aber so,